Denkst du es geht hier um Liebe? Irrtum. Es gibt nichts was du tun kannst. Sieh mal, wer groß geworden ist. Sag nur deine Telefonnummer. Bitte. Du weißt also, wie du auf Männer wirkst? Jeder denkt doch, dass ich was ganz Besonderes bin. Wenn ich nachkommen soll. Fühlst du dich schuldig? Du Leglau! Du Leglau! Morgen, Süßer. Vertrau mir. Was guckst du so? Ich seh dich an. Du bist eine tolle kleine Tänzerin, weißt du das? Sie hat mehr Talent und Leidenschaft als die meisten anderen. Ich muss gehen. Ich bring dich nach Hause. Nein, das geht nicht. Ich mach mir nichts vor. Ich hab mich sehr gewöhnt an einen gewissen Lebensstil. Soll ich das auf einmal alles aufgeben? Ich weiß gar nicht, was das mit uns beiden soll. Du wirst Chloe nie verlassen. Was mach ich vielleicht doch? Hör auf, mit mir Spielchen zu spielen. Es geht dir nur darum, dass du ein, zwei Stunden davon erlöst bist, du sein zu müssen. Du hast mit mir gespielt. Und wie ich das getan habe. Es gibt vieles im Leben, das ich nicht verstehe. Du triffst tausende von Menschen. Und dann triffst du eine Person. Und dein Leben verändert sie. Für immer. Ich wollte ihn immer. Früher oder später muss man loslassen. Ich kann es nicht. Ich weiß gar nicht, was ich auch mit dir tun werde. Das ist mein Ernst. Ich lauf nicht weg. Das ist nicht deine Entscheidung. Ich muss mich nicht, was ich nicht weg. Ich muss mich nicht weg. Ich muss mich nicht weg. Es ist mein Ernst. Das ist mein Ernst. Ich muss mich nicht weg. Ich kann es nicht weg. Vielen Dank. 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 Thank you.